Hallo YouTuber, ich bin hier in luftiger Höhe. Wieder einmal Aussicht von der First. Ich war noch gar nie da oben und jetzt sind ja die Netze gespannt. Jetzt kann der Waler Figo gar nicht mehr runterfallen. Darum muss ich das nutzen. Ja, da hat man Aussicht wie sonst selten. Es gibt fast eine Luftaufnahme. Da habe ich gesehen, ist noch kein Blech. Aber da war es wahrscheinlich am Kamin einmal weggefegt hier. Wo ist mein Finger hier? Das kommt wahrscheinlich an dieser Kante. Aber hier unten ist kein Geriss. Darum traue ich mich da nicht in Aussen. Hier, der Dachkennel wurde ja aufmontiert. Hundertbar, Chromstahl. Alles perfekt. Ja, morgen, Donnerstag und Freitag sollte das Größte gedeckt sein. Mit Eternit. Das Eternit ist da oben. Maletti vierte. Maletti vierte. Bis zum nächsten Mal.